Was, die Plätze sind wir gerade? Ich war gerade auf die Kuh, ich hab denen nicht zugegeben. Ja moin, hast du gesehen? Aber das war dann wieder weg, so in mir. Ich gebe dir zwei Arten von Bug. Die einen und die etwas anderen. Die einen sind auf den Sack und die anderen gehen eher auf den Sack. Ah ja! Keine Ahnung, einer war im Wasser und der andere ist da. Deine Meinung? Deutschland. Der eine geht immer... Ey, der hat an, der Typ. Der geht immer komplett ins Wasser da nach Uganda. Er hat so an, der Typ. Safe. Der Typ spielt Fischi. Äh, der Typ spielt irgendwie eher Hanni. Ich hab's anders ausgedrückt, weil ich erst gerne Reis. Nice. Ich hab heute eine Folge Big Mac, die gesehen ist auch so. Das ist einfach nur Fisch mit Reis als Beilage. Das ist zwar in Japsen-Schrift, aber das ist trotzdem kein Uchi. Also, japanisch heißt ab sofort Japsen-Schrift. Viel Zeit, der Typ hat an. Karte sind drei, zwei, eins. Ja, das war halt nie so klar. Ich wusste, sag ich, ob es trotzdem gut war. Aber ich glaube, wir verlieren so oder so gegen die Typen. Weil die haben schon echt Obvious krass an. Ja, Headshot direkt. Report bitte den Oberen. Der Oberer hat jetzt nicht das an. Weißt du, wo du schon merkst, dass die Leute anhaben haben? Schwule Profilbilder, ja. Nein, nicht nur das, sondern private Accounts. Und den Anleitung kann ich ein Ellenblock. Der Typ hat halt... Also, ich bin mir... Okay, ich hab keinen... Digga, ich drück durch die Wand von dem. Weißt du, wenn ich mich hierhin stelle, weiß er instant, dass ich da bin? Er hat dich angeschaut. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hätte ja klappen können. Report nochmal den einen, gut. Der können wir nicht auf den Report hinter der Dritte drücken. Ach, das war im Wasser der Schlechtere. Ja, im Wasser war der Schlechtere. Weißt du, was die logische Antwort ist? Es ist scheißegal, weil die Typen beides fischig spielen. Mist, ich hab mich verkauft. Egal. Warte mal, du verkaufst dich? Kann ich dich kaufen? Ich weiß. Der Gute läuft wahrscheinlich die ganze Zeit hinter dir. Ja. Oh, tatsächlich nicht. Ey, wer jetzt krass gewesen wäre, würde der wirklich die ganze Zeit hinter dem Messer laufen, ne? Die Typen, wie die spielen, das hat nix... Ich werd mir gleich mal... Wenn du nachher irgendwann aufgehst und mich wieder ganz alleine lässt... Hello darkness, my old friend. Werde ich mir mal irgendwann die Demo von dem Kollegen rein... Wie er noch so tut, als ob er nicht komplett anhätte. Ui. Pass auf, gleich dreht er sich. Das will ich ja. Das nennt sich Leichenschändung. Und ist voll mein Ding. Doch, 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 dann nehmen wir den an der Zeit. Du willst den Zeit nehmen? Ja, klar. Langfliegen, nein, sie sein. By the way, an der Stelle folgen wir mal unbedingt auf meinem Twitch, auf meinem... Grüße gehen raus. Auf meinem Grüße gehen raus, auf meinem Instagram und auf meinem anderen Ding. Cheater down. Ne, der ist dort im Wasser. Ich lass nach nächster Runde beide da reingehen und mal schauen. Total behindert. Ich will ja auch nicht, dass mir mein Kacken zurückkommt. Ja, wir können jetzt zusammen ein bisschen machen. Tappli. Deine meint Tappli. Ich gut. Diese Sieboll. Wenn der Typ keinen Aimlock hat. Wir schauen jetzt einfach mal nach, ob die gesehen haben, dass ich hier bin. Wenn nicht, dann kann ich hier noch ein paar Graffitis. Und hier schon mal. Guck mal, wenn ich so gucke, seh ich beide. Und wenn ich so gucke, seh ich immer noch beide. Und wenn ich so gucke, seh ich immer noch beide. Ich sehe gar keine. Okay, Leute, also die Typen haben sowas von obvious. Cheater, Leute, mal QWRs. Ne, nach Nova 3, alter. Okay, krass. Ist mal eine Neuheit. Gut, wie viele Likes kommen und Abos wollen wir auf die Folge sehen? 100.000, 10.000, 7.000. Ja, top. Leute, folgt unbedingt mit meinem Twitch, meinem Twitter und meinem Insta. Ist alles dann in der Beschreibung verlinkt. Lass ein Like auf das Video da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mal einen netten Kommentar und schreibt mal Cheateru in die Kommentare, wenn die anhatten. Voll, du darfst auch noch Tschüss sagen. Tschüss.